Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Scouting und zwar einem ganz speziellen Scouting Thema, dem datenbasierten Scouting. Bedeutet, wir schauen uns heute an, wie wir anhand von Statistiken die besten Spieler für unser Team finden können, die uns wirklich optimal verstärken können, weil das genau die Spielertypen sind, die unser Team braucht. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt in diesem Video. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Spieler nach Daten scouten könnt. Ich werde euch jetzt erstmal ein paar Methoden im FM zeigen, bevor ich euch dann die Methode zeige, auf die ich wirklich hinaus will. Ihr könnt einmal hier ins Datencenter gehen, geht auf die Spieler und dann könnt ihr euch hier sozusagen auch mal in der Liga umschauen. Dann seht ihr zum Beispiel hier anhand der bestimmten Analysen, was die besten Spieler zum Beispiel hier, was die Torvorlagen angeht oder an die Kreativität. Dann schaut ihr einfach, was hier der beste Spieler ist und dann habt ihr da zum Beispiel schon einen Spieler, der vielleicht für euch interessant sein könnte. Und somit könntet ihr jetzt alleine durch diese Analyse im eigenen oder in der eigenen Liga nach so einem Spieler suchen. Ansonsten könnt ihr euch auch die Spielerstatistiken in den verschiedenen Ligen anschauen. Da könnt ihr auch direkt sehen, was eben die besten Spieler bei den verschiedenen Statistiken sind. Wenn ihr zum Beispiel nach Talenten sucht, könnt ihr eben da auch in den A-Junioren durchgehen. Wir sind jetzt in der A-Junioren Bundesliga Süd-Südwest und da sehen wir dann zum Beispiel hier die Spieler, die die meisten Dribblings pro 90 Minuten gemacht haben. Da sehen wir hier zum Beispiel ein Talent mit Fabio Blanco, was recht bekannt ist. Oder ihr könnt euch dann eben alle anderen Statistiken anschauen. Zum Beispiel, was immer relevant sind, sind natürlich die Tore und dann findet ihr auch hier die besten Torschützen. Und wenn ihr dann einen Spieler, vor allem hier in der U19, findet, der hier zum Beispiel zum Beispiel 30, 35 Tore geschossen hat, da wisst ihr direkt, das ist ein Überflieger, den könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen und den theoretisch verpflichtender. Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt auf den Spieler zu gehen, für den er euch interessiert. Da dann eben hier oben auf Berichte zu gehen und euch den Assistenztrainerbericht anzuschauen. Wenn ihr diesen Spieler noch nicht analysiert habt, fordert ihr erstmal einen Analysebericht an und dann könnt ihr hier zum Beispiel mal schauen, was der Spieler für wichtige Stats auf seiner Position hat. Ist das zum Beispiel ein guter Kopfballschütze, gewinnt er viele Kopfbälle, dann hat man hier eben diese Statistik für. Und dann schaut ihr euch eben die Statistiken an, ihr müsst vorher eben wissen, was für ein Spielerprofil braucht ihr. Braucht ihr etwa einen kopfballstarken Stürmer, dann ist natürlich dieser Stat wichtig. Braucht ihr eher einen eiskalten Stürmer, dann sollt ihr auf die Chancenverwertung schauen und auf den Expected Goalwert im Vergleich zu den Toren, die er geschossen hat. Ansonsten habt ihr hier dann noch die Möglichkeit, auf die Statistiken zu gehen, die auch unfassbar interessant sind. Da könnt ihr eben alles schauen, was ihr noch braucht. Die Durchschnittsnote, auch hier wieder die Kopfbälle in Prozent, die Passquote und so weiter und so fort. Also ihr habt alle wichtigen Statistiken hier im Überblick und könnt so den perfekten Spieler für euer System finden. Jetzt kommen wir aber zu dem Part, wie wir eben die besten Spieler für unser System herausfiltern können, so dass wir eben die Spieler, die die Statistiken haben, die wir brauchen, direkt gefunden werden und wir direkt sehen, was ist jetzt zum Beispiel der Kopfballstärkste Spieler. Und dafür machen wir jetzt folgendes. Erst einmal werde ich euch in meiner Discord hier diesen Filter zum Download anbieten. Ich werde euch aber gleich auch noch ein Video verlinken, was ihr auch unbedingt braucht, wo ich eben diesen Filter auch herhabe, wo ihr eben dieses datenbasierte Scouten nachbauen könnt. Ihr fügt den Filter ein, indem ihr hier oben draufklickt, dann auf individuell geht, auf Ansicht importieren und dann seht ihr hier quasi den Speicherort. Ihr müsst natürlich jetzt den Speicherort finden, wo ihr diesen Filter eben gespeichert habt. Am besten habt ihr ihn so, wie ich es hier habe, gespeichert, dann findet ihr ihn auch am besten. Bei mir steht jetzt hier FM21, weil ich das Ganze schon letztes Jahr heruntergeladen habe. Ihr sucht den auf jeden Fall raus, klickt drauf, ladet den eben hier herunter und dann habt ihr hier eben diese Ansicht, wo ihr alle Statistiken aufgelistet habt, die interessant sind. Die Durchschnittsnote, alles Mögliche, was ihr eben braucht. Die Kopfbälle pro Spiel, die Kopfballquote, die Zweikampfquote, die entscheidenden Pässe, die Passquote. Also alles Interessante ist hier abgespeichert. Ihr könntet jetzt natürlich hier euch die besten Spieler raussuchen, aber das wäre auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Wir wollen das Ganze jetzt so kompakt in einer Tabelle haben, dass wir das Ganze uns so rausfiltern können, wie wir möchten. Und dafür zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst euch als erstes einen Filter bauen, wo erstmal die Spieler mit drin sind, die grundlegend für euch interessant sind. Bedeutet, ihr gebt am besten hier schon mal einen Marktwert und ein Gehaltsbudget ein, damit ihr auf jeden Fall keine Spieler mit in der Liste habt, die für euch sowieso preislich nicht in Frage kommen, um das Ganze eben so ein bisschen schmaler zu filtern und direkt eben die interessanten Spieler in der Liste zu haben. Und dann sucht ihr eben die Ligen raus, die für euch auch in Frage kommen, weil ansonsten wird die Liste ein bisschen zu groß und ist am Ende vielleicht auch nicht mal aussagekräftig, wenn ihr einen Spieler da aus der zweiten rumänischen Liga habt. Der kann so gute Stats haben, wie er will. Der ist einfach vom Liga-Niveau nicht so gut, dass er euch weiterhelfen wird. Dementsprechend solltet ihr das Ganze eben auf bestimmte Ligen rausfiltern. Wichtig ist es hier, dass ab der zweiten Liga am Anfang ein Oder steht, weil ansonsten sucht ihr einen Spieler, der zum Beispiel jetzt hier in der dritten Liga und in der belgischen Liga spielt. Und da findet ihr natürlich keinen Spieler, weil es keinen Spieler gibt, der in zwei Ligen gleichzeitig spielt. Deshalb ist es wichtig, ab der zweiten Liga einmal ein Oder hier einzugeben. Ich werde euch aber auch den Filter, wie ich den hier vorgefertigt habe, auch als Download im Discord anbieten. Dann könnt ihr hier einfach nur eure Ligen nochmal ändern oder irgendwelche Ligen noch hinzufügen. Und worauf ihr auch achten solltet, dass am besten hier Spieler dabei sind, die mindestens 10 Startelf-Einsätze haben, damit diese Statistik überhaupt aussagekräftig ist. Wenn da ein Spieler dabei ist, der drei Tore geschossen hat, dann hat der zum Beispiel einen Schnitt für Tore pro Spiel bei drei Tore. Und dann ist das Ganze natürlich wieder nicht so aussagekräftig. Dementsprechend hier mindestens 10 Spiele, damit diese Statistiken auch aussagekräftig sind. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ihr im FM22 machen müsst, um am Ende hier so eine Tabelle euch erstellen zu können. Wie das Ganze jetzt eben funktioniert, um diese Tabelle zu haben, wie sie jetzt hier aussieht, dafür habe ich euch ein Video in der Videobeschreibung verlinkt, denn da seht ihr eben, wie das Ganze genau funktioniert. Ich habe das eben von einem anderen YouTuber nachgebaut und damit er eben auch hier dafür die Belohnung bekommt, will ich das Ganze nicht einfach in meinem Video kopieren, sondern ich zeige euch, was man im FM22 machen muss und wie man die Tabelle jetzt überhaupt nutzt, zeige ich euch. Aber wie die Tabelle über Google Docs erstellt wird, werdet ihr in diesem Video sehen, damit er eben auch dafür die Belohnung bekommt, denn ich will nicht einfach irgendjemandem was nachmachen. Ich zeige euch aber jetzt, wie das Ganze angewendet wird und zwar sehen wir jetzt hier einmal die ganzen Statistiken und wir sehen eben auch hier, dass das Ganze farblich markiert ist. Das heißt, die besten Werte sind grün markiert und dann wird das eben immer plasser, bis es irgendwann weiß ist, dass es dann mittlerer Wert und sobald es dann in den roten Bereich kommt, ist es ein unterdurchschnittlicher bis schlechter Wert. Und wir schauen uns jetzt mal die Kopfballstatistiken an, damit ihr so ein bisschen mal sehen könnt, wie man das Ganze rausfiltern kann. Wir klicken dann hier oben auf den Filter und sortieren das Ganze von Z bis A. Dann wird das Ganze eben von oben nach unten sortiert und wir finden hier die besten Kopfballschützende. Ihr seht jetzt, dass hier ganz viele Spieler sind, die noch einen Strich haben. Das bedeutet, das sind Spieler, die noch gar keine Kopfbälle geführt haben. Das heißt, es sind vielleicht Positionen, wo du nicht viele Kopfbälle geführt hast und dieser Spieler musste nie in einen Kopfballduell rein. Das ist natürlich schon außergewöhnlich, aber das soll es tatsächlich auch geben. Das heißt, wir filtern das eben raus und haben dann nur die Spieler, die auch Kopfbälle geführt haben und sehen jetzt hier mit 94% ist da einer aus der dritten Liga auf Platz 1. Und wir müssen uns jetzt noch andere Statistiken anschauen und vielleicht auch Sachen rausfiltern, um vielleicht dann am Ende auch eine kleinere Liste zu haben und vielleicht dann nur noch am Ende 5, 6 Spieler zu haben, die für uns wirklich relevant sind, um dann wirklich die besten Kopfballschützende rauszufiltern. Wir können zum Beispiel auch einmal sagen, okay, wir brauchen auch einen Spieler für einen bestimmten Marktwert und könnten jetzt erstmal anhand des Marktwertes Spieler rausfiltern oder wir schauen uns jetzt erstmal interessante Kopfballstatistiken an. Zum Beispiel sehen wir jetzt, dass auf Platz 1 der viel weniger Kopfbälle gewonnen hat als Platz 2 bedeutet, der hat auch viel weniger Kopfbälle geführt. Dementsprechend sollten wir vielleicht hier mal schauen, dass wir da nur die Spieler rausfiltern, die auch wirklich viele Kopfbälle gewonnen haben, die auch oft in die Kopfbälle reingegangen sind, um da vielleicht auch die Spieler zu finden, die am relevantesten und am Kopfballgefährlichsten sind. Und so gehen wir dann von mir aus hier bis auf den Wert 14. Und schon aber nur noch eine Liste von 15 Spielern haben jetzt schon einen guten Überblick, weil es da für Kopfballgefährliche Spieler gibt oder auch Kopfballstarke Spieler, was die Defensive angeht. Und hier können wir zum Beispiel auch jetzt schon Talent entdecken, was im FM22 auf jeden Fall einer der besten Talente ist, zum Beispiel Lorenzo Luka, den haben wir jetzt anhand dieser Kopfballstatistiken schon rausfiltern können. Das ist auch eben so ein typischer Kopfballspieler, der eben 2 Meter groß ist. Ich glaube, bei mir mittlerweile 18 Sprunghöhe und 17 Kopfballtechnik hat, also unfassbar stark. Und so kann man eben solche Spieler hier einfach rausfiltern anhand von Statistiken und du findest die Spieler, die du eben brauchst, vielleicht auch ohne, dass du die Werte schon weißt oder dass du die Werte erstmal, dass du den Spieler erstmal scouten musst. Du hast jetzt hier schon mal Kopfballstarke Spieler und kannst den dann hinterher scouten, um zu gucken, was für Attribute der Spieler überhaupt hat. Das ist auf jeden Fall eine unfassbar gute Methode, um die Spieler, die man selber braucht, rauszufiltern, vielleicht ohne zu scouten, wie gesagt, die Spieler sich rauszusuchen und dann am Ende den perfekten Spieler für sein System zu finden. Das Schöne ist ja jetzt, dass du dir auch alle anderen Statistiken anschauen kannst. Wenn du zum Beispiel jetzt interessiert an Lorenzo Luca bist, könntest du jetzt auch noch die Stürmerattribute anschauen, zum Beispiel, wie ist sein Torschussverhältnis. Da sehen wir, 55% seiner Schüsse gehen aufs Tor, was ein guter Wert ist. Und wir sehen vor allem seine Tore. 26 Tore sind sehr, sehr viele Tore für eine Saison. Und vor allem, wenn er einen expected Goalwert von 13,85 hat, heißt, der hat fast doppelt so viele Tore geschossen, als er schießen sollte. Und das ist natürlich ein unfassbar guter Wert. Hier oben seht ihr übrigens auch noch die Durchschnittsbewertung, heißt einmal den Durchschnitt von allen Spielern, die auf der Liste sind und darunter einmal den Durchschnitt von eurem eigenen Team. So könnt ihr auch dann nochmal erkennen, okay, ist der jetzt wirklich besser, als mein Team performt? Ist der so und so viel besser, als der Durchschnitt? Da habt ihr auf jeden Fall nochmal eine Orientierung, die euch weiterhilft und euch auch selber nochmal zeigt, wie gut euer Team im Vergleich zu den anderen Spielern ist. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier der Durchschnitt an Toren ist zum Beispiel bei 2,92 für alle Spieler und bei uns ist er bei 3,64. Das heißt, wir haben vielleicht auch mehr Tore geschossen, als eben andere Mannschaften. Und so könnt ihr euch hier wirklich anhand der ganzen Statistiken die Spieler so raussuchen, wie ihr das Ganze braucht. Das war es schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Lasst unbedingt eine Bewertung und ein Abo da, um weitere solche Videos zu sehen. Und dann schaut euch auf jeden Fall das Datenbasierte Scouten an, weil es einfach unfassbar überpowert ist. Ihr findet einfach, wie gesagt, die perfekten Spieler für eure Taktik. Vielleicht funktioniert eure Taktik momentan nicht, weil ihr eben genau dieses Puzzleteil noch braucht, was euch eben fehlt. Und das könnt ihr anhand dann dieser Statistiken rausfiltern. Ihr könnt einmal in der Datenanalyse schauen, was funktioniert bei euch selber noch nicht so gut. Zum Beispiel seht ihr, dass ihr viele Kopfballgegentore bekommt. Dann könnt ihr eben anhand dieser Statistiken, wie wir eben uns das Ganze angeschaut haben, die Kopfballstärksten Innenverteidiger rausfiltern und kaufen dann eben einen unfassbar guten Kopfballschützen, um diese Lücke zu füllen. Und so könnt ihr eben gezielt daran nochmal arbeiten, was momentan eure Schwächen sind und könnt eure Mannschaft viel, viel besser verstärken, als es eben über das normale Scouten könnt. Wenn ihr einfach einen guten Innenverteidiger kauft, der vielleicht gute Attribute hat, ist vielleicht aber nicht unbedingt genau der Innenverteidiger, den ihr von den Statistiken her braucht, um eben eure Statistiken aufzubessern und somit euer Spiel zu verbessern, dann habt ihr natürlich über das Datenbasierte Scouten viel, viel mehr Möglichkeiten da gezielt, nach dem richtigen Spieler zu suchen. Auch ich habe damit schon unfassbar gute Fänge gehabt und ich liebe das Datenbasierte Scouten, ich nutze das eigentlich permanent und habe damit mal mit Kaiserslautern auch einen Spieler gefunden, der mir 16 Tore bereitet hat, obwohl es ein Spieler war, der nur zweieinhalb Sterne hatte und ich diesen Spieler dann verpflichtet habe, ohne mir die Attribute anzuschauen, weil eben mein Stürmer am letzten Transfertag weggekauft wurde und ich dann eben ohne Stürmer dastand und dann einfach einen Spieler blind gekauft habe und der hat dann, wie gesagt, 16 Tore der ersten Liga nach dem Aufstieg erzielt, was natürlich unfassbar stark ist, ohne das Datenbasierte Scouten hätte ich dann da gestanden und hätte natürlich irgendeinen Stürmer verpflichtet, der mir wahrscheinlich nicht weitergeholfen hätte. Was wichtig noch zu sagen ist, schaut euch auf jeden Fall immer an, in welcher Liga der Spieler spielt, den ihr euch verpflichtet, wenn es ein Spieler ist, der in einer ganz kleinen Liga spielt, dann sind die Statistiken natürlich nicht so aussagekräftig, wie eben in einer Top-Liga und was noch wichtig ist, ist, dass ihr die Spieler immer zum Ende der Saison nochmal in eine Tabelle einfügt, bedeutet nach jeder Saison am besten immer wieder die Statistiken einmal kopieren und in die Tabelle einfügen, damit ihr eben für jede Saison die Statistiken aktuell habt, sobald die Saison vorbei ist, sind die Statistiken gelöscht und ihr könnt die eben nicht mehr hier benutzen. Das war's dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao!